Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Stefanie Katerle. Ich bin Coach und Paar-Coach. Hallo. Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die vielleicht manche Klienten, die schon bei mir waren, schon mal gehört haben. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten und zwar deswegen, weil ich finde, dass sie sehr schön abbildet, was die Hauptprobleme und die Hauptschwierigkeiten bei Paaren und in Paarbeziehungen sind. Der Mann und das Bart könnte die Geschichte heißen, denn es geht um eine ganz normale Durchschnittsfamilie, verheiratet, kleines Häuschen, drei Kinder. Sie lebten damals das klassische Rollenmodell. Er ist arbeiten gegangen. Sie hat sich um diese drei noch relativ kleinen Kinder gekümmert. Das hat auch alles super geklappt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Kinder gut ausgebildet werden, dass das Haus okay aussieht und dass die Kinder ihn nicht allzu sehr nerven, damit er seinen Feierabend genießen kann. So sofort verschwand und wieder kam und dann gemeckert hat, so hat sie es beschrieben, er hat gemeckert, das Bad sei nicht aufgeräumt. Da lägen immer die Bademäntel rum von den Kindern und die Seifenreste wären im Waschbecken sichtbar und die Zahnbürsten würden da so rumfliegen und das wäre unmöglich und ob sie da nicht mal wenigstens darauf achten könnte. Und sie war natürlich total beleidigt, weil sie sich unheimlich viel Mühe gegeben hat und hat dann gesagt, sag mal, geht's noch? Das Haus ist total tipptopp, die Kinder sind ganz super lieb und brav und das Einzige, was dir einfällt, wenn du nach Hause kommst, ist darüber zu meckern, dass Seifenreste im Bad sind. Sag mal, was für einen Idioten habe ich denn da eigentlich geheiratet? Soll das jetzt so weitergehen? Wirst du jetzt so ein Pantoffeltiger, so ein Pascha, so ein Hauspascha? Naja, das ein Wort gab das andere, er sagte dann, du verstehst mich nicht, du weißt überhaupt nicht, was in mir vorgeht, keiner nimmt mich hier ernst und so. Naja, an diesem Streit entzündete sich dann eine wirkliche Ehekrise und die beiden kamen zu mir und wir haben dann im Coaching langsam und vorsichtig aufgedröselt, worum es da eigentlich ging in dieser Geschichte. Es ging nicht um Seifenreste. Es war folgendermaßen, dieser Mann musste mit einigermaßen viel Anstrengung danach tauchen, was er eigentlich wirklich brauchte, wenn er nach Hause kam. Und was er brauchte, war eine Rückzugsmöglichkeit. Klar, die Frau hat versucht, ihm die Kinder einigermaßen vom Leib zu halten, in Anführungszeichen, aber er brauchte einfach eine Viertelstunde für sich. Und er kannte das von zu Hause. Er hatte noch drei Brüder und der einzige Rückzugsort in diesem kleinen Häuschen, in dem er groß geworden war, war eben das Klo. Und für ihn war das der Rückzugsort schlechthin. Er braucht einen Raum, in dem er die Tür abschließen konnte. Und der einzige Raum, in dem er die Tür abschließen konnte, in diesem Haus, war eben das Bad. Und er war beleidigt darüber, dass sein Rückzugsort immer so zugemüllt war, während der Rest des Hauses immer ganz ordentlich aussah. Das hat er als Zurückweisung, als Herabsetzung, als Nicht-Wahrnehmen und als Nicht-Ernst-Neben angesehen. Und sie hatte natürlich gedacht, ja, sag mal, was ist denn bei dir los? Wieso regst du dich über das Bad so auf? Was sitzt denn da eigentlich dahinter? Und war jetzt sehr erstaunt, dass das alles so einfach war und dass das sein Bedürfnis war. Und es geht in Paarbeziehungen ganz oft um das Formulieren von Bedürfnissen. Das Formulieren von Bedürfnis ist gar nicht mal so schwer. Viel schwieriger ist es, das eigene Bedürfnis erst mal zu erkennen. Das, was ich vorhin mit danach tauchen bezeichnet habe. Erst mal rauszukriegen, hey, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Was würde mir jetzt gut tun? Und das dem Partner dann zu sagen. Da gibt es eine schöne und schon uralte, aber immer noch wirkungsvolle Strategie. Das ist die gewaltfreie Kommunikation. Die funktioniert in vier Schritten. Schritt 1. Erst mal beschreiben, was da ist. In dem Fall wäre das, du, wenn ich nach Hause komme und das Bad ist total unordentlich, so, jetzt kommt Schritt 2, Gefühl beschreiben. Wenn ich nach Hause komme und das Bad ist total unordentlich, dann fühle ich mich herabgesetzt, dann fühle ich mich nicht wohl, dann werde ich ärgerlich. So, Schritt 3, Bedürfnis äußern, weil ich nach der Arbeit eine Viertelstunde Ruhe in einem abschließbaren Raum brauche. Und schon ist das Bedürfnis formuliert und gesagt und dann kann der andere sich darauf einstellen, habe ich Lust drauf, eben das Bedürfnis zu erfüllen oder nicht, denn dann kommt als vierter Schritt die Bitte. Könntest du bitte das akzeptieren, dass ich nach der Arbeit immer erstmal eine Viertelstunde verschwinde und dann bin ich für die Familie da. Also Schritt 1, beobachten. Schritt 2, Gefühl beschreiben. Schritt 3, Bedürfnis sagen. Schritt 4, bitte formulieren. Klingt so einfach, ist es aber nicht, wie die meisten Dinge. Okay, das war die Geschichte für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 2, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.